Mein Ansicht nach gehört ein bisschen wieder zu einem Text zu reimen. Wie als du mit Götter am Ring im Herzen Sonne schingen. Ich bin hier zu Huss. Kein Löffel kriegt mich hier Huss. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und der nächste Titel, da haben wir uns auch gedacht, der eignet sich natürlich auch für einen schönen kirchlichen Text. Und jetzt haben wir auch so eine Texte gemacht. Und Hans Echidach, der ist ja genauso und ist auch für sich. Man hat die ganzen Plattitüden drin und so weiter. Aber dann haben wir uns noch ans Ani Lourdes und wir fingen den jetzt mittlerweile an wie so schlecht. Und jetzt vielleicht sollte ich einfach nicht nur noch mal besser gehen. Und jetzt wird uns eure Meinung interessieren. Also nicht? Internationale Hinten. Allgemein gut ihr Textet. Bis zum nächsten Mal wieder. Dr 가� foundedilo Hinten. Dr怎麼了 sanitrate meine W fingers auf, chew απ cinnamon. deren Anst und gewinnen seinantes Aktien in Blatt ist ja so schönes. Und dasская面, der Alexandra Immarkensicherheit dass sie es gesagt. Und das Problem ist ja das ganze Experiment. Aber dann muss man ein bisschen funktioniert zu다고. Und das sein. Das ist ja das Problem. Du wiens Cin tapa? él. Im Regn und Lied, die bunte Hüs, der Stumpf war da. Der Jöte Zoll, der Ejertschling, beim Lommertrein, der Lommertrein, der Ejertschling, 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 Wenn es schön, bei uns zu leben, und das sagen wir bestimmt, wenn du es suchst. Der Lüscher-Haus, der Ruhe-Strauss, der Jahr von der Jets ist immer noch zirka-Raus. Der Lüscher-Haus, der Ruhe-Strauss, der Jahr von der Jets ist immer noch zirka-Raus. Sie hat jeden Zinn gespielt, wie immer Köln schon pflückt, doch jeder noch bei uns in Köln liegt. Es ist schön bei uns in Hölle, es ist schön zu schön bei uns am Wind, es ist schön bei uns zu leben. Es ist schön bei uns in Hölle, es ist schön zu schön bei uns am Wind, es ist 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 schön bei uns am Wind. Applaus 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 Vielen Dank.